Hallo? Hallo Sydney. Erinnerst du dich noch an mich? Was wollen Sie? Es ist zu weit, mein Schatz. Weißt du denn nicht, dass sich die Geschichte immer wiederholt? Jemand geht mit seiner Vorliebe für Fortsetzungen einen Schritt zu weit. Gestern Nacht wurden zwei College-Studenten auf brutale Weise ermordet. Es wimmelt von Polizisten. Er hat sieben Mal auf das Mädchen angestochen. Autsch! Hi, Gail Weathers, die Autorin der Morde von Woodsboro. Sie ist eiskalt. Seid nett, ohne sie würden wir nicht mehr leben. Ja, ich weiß, steht alles in ihrem Buch. Den Film dazu muss ich sehen. Jemand will nicht, dass der Albtraum ein Ende nimmt. Sydney! Fühlen Sie sich durch die Morde bedroht! Was soll ich bloß machen? Es ist ein ausgeflippter Psychopath, aber er ist bestimmt aus dem Bekanntenkreis. Wollt ihr tatenlos zusehen und abwarten, bis der nächste drauf geht? Ich glaube, da ist jemand scharf auf Teil 2. Und jetzt kommen die Regeln einer Fortsetzung ins Spiel. Regel 1, es werden mehr Leute umgebracht. Regel 2, die Todesszenen sind besser ausgearbeitet. Ich will nur eins wissen, Randy. Wie finden wir den Mörder? Sieh dir die Verdächtigen an. Ich störe doch nicht, oder? Der Mörder. Er kann uns sehen. Wollt ihr heute Nacht sterben? Ist das alles, was du bringst? Warum steckst du deine Ziele nicht höher, ha? Willst du einer von den ganz Großen sein? Wie Charles Manson, Jack the Ripper, O.J. Simpson? Hilfe! Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Showgirls. Total beängstigend. Das ist ein Lieblingshorrorfilm. Das ist ein Lieblingshorrorfilm. Im Moment. Hier haben wir